Heute bin ich mal wieder mit Rachel und Marvin vom Kanal Explore Your Empire unterwegs. Tief in den Wäldern Brandenburgs suchen wir einen Bunker, vielmehr ein ganzes Bunkersystem, das tief im Wald verborgen sein soll. Nach kurzer Suche finden wir eine rote Bunkerklappe im Boden, die uns in das unterirdische Labyrinth bringen wird. Wir brauchten insgesamt über eine Stunde unter Tage, um überhaupt jeden Gang einmal abzulaufen. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem Video. Wir haben den Bunker Eingang gefunden und das sieht auf jeden Fall endzeitmäßig aus. Ja, gehen wir mal los. Ach, in die andere Richtung gibt es auch noch. Die Schnur, verirrt man sich hier oder warum liegt hier eine Schnur? Was man natürlich im Bunker noch mal dazu sagen kann, ist auf jeden Fall, dass diese Steine, die Ledermausquartiere sind, die Labyrinth angebracht wurden. Und wir gerade die richtige Jahreszeit haben, also im Sommer, und da ist dann halt keiner zu Hause. Sind die draußen, meinst du? Richtig. Das ist eben auch wichtig, weil wenn man im Winter reingeht, dann will man sich stören. Da wägen sich halt viele auf. Ich hab auch schon gehört, dass da viele Anzeigen rausgegangen sind. Beispielsweise ein Torschussbesetz und so. Da sind so ein wohlen Bild und Bunkern echt. Leider. Das ist ein Luftfilter, ne? Krasses Teil. Ein bisschen Disco. Ja, das wäre natürlich auch was für euren Keller, ne? So ein Ding hier. Oder umgebaut als Ofen, ja. Naja, oder für einen Ernstfall. Oh Gott, das kriegst du nicht hoch. Nee. Du musst das Granulat eröffnen. Ja doch. Zu zweit kriegen würden wir es rauskriegen. Halt schon gut aus, eigentlich. Ein schönes Stück. Aber das Granulat müsste komplett ausgetauscht werden. Ja. Also wenn man das für die Nutzung wieder... Das ist klar. Und hier sind halt einfach mehrere solche Räume. Und noch andere Filter. Mhm. Es gab auch noch Räume, wo man die alten Linien, so diese Gestelle, wo dann noch die Matratzen draufkamen, noch sieht. Aber da müssen wir einfach mal durchgucken. Es waren so viele verschiedene. Da ist auch nichts mehr drin. Ach, da sieht man sogar noch das Füllmaterial im Vorfeld. Da ist das, glaube ich. Das ist ein bisschen grober und ein Filter müsste dann noch Aktivkohle enthalten. Das ist dann der, der die chemischen und biologischen Stoffe eben filtern soll. Und der hier filtert halt schon die Alphastrahler, die Partikel raus, wenn jetzt zum Beispiel ein Atomangriff irgendwo stattgefunden hat durch den Fallout. Aber da gab es, glaube ich, einige Filter, die... Und ich will jetzt hier nicht... Ja. Viele dieser Filter-Flies-Stoffe hier, die waren mit Asbestfasern. Also hier sind die sehr gut gebunden. Das staubt hier überhaupt nicht. Soll es auch nicht. Aber wenn man da wirklich ganz nah rangeht, dann sieht man eben, wie verzweigt das Ganze ist, um eben wirklich viele Partikel aus der Luft rausfiltern zu können. Wenn man das zum Beispiel... Wenn man das Licht ein bisschen näher... Ja, so. Genau. Wie gesagt, zum Glück alles noch recht gut gebunden in dem Vlies. Ansonsten müssten wir jetzt die Staubschutzmasken dringend aufsetzen. Ja. Also bequem waren bestimmt nicht die Becken. Ne. Sieht noch ein bisschen kurz aus. Ja. Da sind noch Kommunikationseinheiten. Das heißt, ja, bei den Soldaten war das ja damals so, dass sie hier in einem Raum eben mit gewohnt haben, quasi geschlafen haben. Essen gab es separat, aber sie haben dort auch gearbeitet. Also quasi direkt daneben waren eben Nachrichtenverteiler, Nachrichtenleitungen. Ja, und da haben sie dann eben zum Beispiel Nachrichten auch abgehört und so weiter gearbeitet, direkt daneben geschlafen. Deswegen war es in diesem Bunker noch immer ziemlich schwül warm. Also keine besonders gute Belüftung. Ja. 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 Amen. Amen. Entweder war da damals ein Notausgang oder es sollte sogar mal weitergebaut werden. Weil in dem Bauwerk hier sollte es ja auch ein zweites Stockwerk noch geben, aber das wurde laut meinen Unterlagen nicht fertiggestellt. Aber die Stube muss sich hier wirklich jemand hingemacht haben, weil der Bunker so groß ist und er anscheinend Angst hatte, sich zu verirren. Wieder zwei Lüftungsräume. Alter, das geht aber auch noch weit. Krasser Bunker. Das ist auf jeden Fall sehr weitläufig und doch einer der größten in der Umgebung. Okay. Man merkt auch die Verbindzüge, die hier lang gehen. Das ist ganz angenehm. Ja, das lüftet auch wieder ein paar Pritschen. Geil, das ist ja noch eng. Hier ist es noch besser ausgestellt. Aber man sieht auch, dass es immer zwei Pritschen waren. Da haben wir immer zwei Soldaten untergebracht. Klar, pro Schicht. Einer hat gearbeitet, der andere hat geschlafen. Guck mal, hier macht die Decke aber keinen guten Eindruck mehr direkt über uns. Die wurde doch mal durch Hitze oder so geschädigt. Ja, das sieht hier verbrannt aus. Aber krass, wie sich das Ding verschoben hat. Das ist Plastik. Das ist klar, dass das schnell schmilzt. Aber wieso die so schräg ist? Das sieht aber auch nicht, dass die Eindruck gestoppt sind. Boah, ja, das stimmt. Das lief echt. Cool. Die 70er-Lotter-Warte ist nicht. Mhm. Hier riecht es wirklich ziemlich streng. Ja, das ist alles noch von damals, also bis auf den kleinen Müll hier. Aber diese ganzen Kisten und das Zeug, was hier rumsteht, das ist alles noch original. Auch hier die Schalteinheiten. Und dahinter im Raum, was da steht, das ist auch alles noch Original-Inventar. Das haben sie wirklich da reingefeuert. Das ist alles. Das ist alles. Das ist alles. Das ist alles. Hier sieht man auch, wie sie gearbeitet haben und gleichzeitig dann geschlafen haben. Corona-Schutz. Ja, Corona könnte überall sein. Hier ist die Batterieanlage. Die Notstromanlage. Und das hier ist Bitumen. Damit haben sie es abgedichtet, damit keine Feuchtigkeit rauskommt. Und inwiefern ist das jetzt schädlich, das Zeug hier? Ja, Bitumen ist auf Lösemittelbasis. Also das heißt, du hast Öle und Fette gemischt, also solitär, mit Lösemitteln. Und deswegen stinkt das hier drin so. Das bringt zwar nicht viel, also bei Gasen zumindest nichts, aber alles was partikelabhängig ist, wird natürlich hängen. Und hier ist auch noch ganz interessant drin. Ist da noch was drin? Ja. So. Erklär mal, was du da machst. Ich weiß nicht, ob das funktioniert, aber brauchst du irgendwas aus? Ja klar. Das ist ein normales Eisenstückchen mit ein bisschen Flugrost dran. Und das Teil sieht aus wie Schwefelsäure. Also das hier vorne zumindest. Und wenn man ganz nah dran sieht, dann müsste man sehen, wie es oxidiert, also wie es blubbert. Ja, die ist auch nicht mehr so konzentriert. Mhm. 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 Ja, teilweise sind die auch ausgedunstet und wie gesagt, als wir letztes Mal hier waren, war es hier so feucht, da hatten sie sogar welche, die komplett ausgedunstet sind. Einzelne, wo Salzsäure drin war statt Schwefelsäure. Ähm, die sind mittlerweile ausgetrocknet, weil die komplett weggedunstet sind. Ist ja klar, Schwefelsäure ist viel stabiler und dunstet nicht aus. Ja. Deswegen nimmt man ja auch normalerweise nur Schwefelsäure. Aber Salzsäure kann man Ersatz quasi ja auch nehmen, wenn du einen Deckel drauf machst. Ja, ja. So, jetzt muss ich einmal an. Varf. Hier. Mariusz. Es hat sich voll voll bis heute und es hat. Aber heißt jetzt, ich glaube, ichchasbe dich jetzt mal aus. Ich kann nicht, weil du sie mitnehmen. Wenn du nicht aufgehört, würde ich das nicht überlegt, was du von dem, ja. Wie viele Leute sind? Ja. Da sind sie. Ich kann nicht. Ich kann nicht mehr. Da gibt mich. Das ist halt nicht, oder? Ja? Ich kann nicht mehr. Untertitelung des ZDF, 2020